Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein. Wie versprochen, dieses Mal ohne Aufstellungsansage. Ihr könnt mir auch gerne nochmal unter diesem Video Kommentare schreiben, falls eventuell dieser und der letzte Part am gleichen Tag rauskommen, was durchaus sein könnte. Ob ihr diese Aufstellungsansagen doch noch drin behalten wollt. Ich kann mir vorstellen, dass manche mögen, manche eben nicht. Falls ihr zu denen gehört, die es nicht mögen, ihr könntet ja nur noch vorspulen. Daran soll es eigentlich auch nicht liegen. Aber gut, ihr habt ja im letzten Part gesagt, die nächsten Parts werden dann einfach ohne Ansage ablaufen. Wir sehen hier einer Schnitti am 8. Bundesligaspieltag als Referee zwischen den FC Freiburg. Hier Golko Kacar, der Ex-HSVer Kapitän bei den Freiburgern. Und eben den HSV, ich wusste gar nicht oder weiß gar nicht mehr, was ich gerade im ersten Teil des Satzes von mir gegeben habe. Hier auf jeden Fall nochmal die Tabelle. Hier sind zwei Punkte hinter dem Spitzentrio Bayern-Gladbach-Hertha. Und hier sehen wir die Startaufstellung des Sportclubs. Johannes Flum hat es tatsächlich geschafft, schon vier gelbe zu bekommen. Ich glaube, innerhalb der ersten vier Partien. Golko Kacar, der Ex-HSVer im Zentralmittelfeld. Und vorne mit der 10 haben sie einen sehr gefährlichen Stürmer geholt. Nämlich Pabon, Nationalspieler Equadors. Vom FC Parma geholt. Sehr schneller, gefährlicher Mann. Und wir der HSV, wir haben kräftig rumgewirbelt auf sechs Positionen umgestellt. Nicht nur personell, sondern auch positionell. Boateng rückt auf die Rechtspartei-Jäger-Position. Aogo zum Beispiel ins Zentrale Mittelfeld. Neben Ringkorn heute. Bisschen defensiver als sonst mit Van der Vaart und Eriksen. Vorne stürmt anstelle von Boni. Lukaku mal wieder von Anfang an. Über die linke Mittelfeldseite kommt Holmingson. Über rechts Lee, der andere Südkoreaner. Also die asiatische Flügelzange heute. Und der Endverteidigung neben Wiederkapitän Kujate. Spielt heute der Ex-Freiburger Diaknee. Von Ex-Freiburger haben wir ja einige im Kader. Zum Beispiel ihn hier Dennis Aogo. Der also heute im Mittelfeld Jansen dafür auf der Linksverteidiger-Position. Aber jetzt erstmal hier auf Sonn achten. Flanke abgeblockt. Lukaku. Ober. Nee, Yang wird da noch gehalten von Immanuel Höhn. Der nur mit Mühe da den Ball rausbekommt. Starkes Pressing von Ringkorn. Aber die Freiburger können sich da am Ende doch noch gerade so befreien. Aber hohes Risiko, was Fum und Co. da gerade veranstaltet haben. Aber die Freiburger eine Art Angstgegner. Jetzt hat es am Ende des letzten Partes gesagt. In der Vorsaison war Freiburg das einzige Team, was uns zweimal schlagen konnte. Und jetzt kommt Sonn mit diesem langen Ball. Obermeyang ist ja schnell genug. Ist er. Obermeyang hätte schießen können. Ringkorn nochmal. Aber er ist kein Experte, was die Tore schießen oder was das Tore schießen angeht. Oh, das war schon wieder die Riesenchance. Obermeyang. Stark den Ball erlaufen. Er ist halt blitzschnell. Dieser Mann aus den Gabun. Genau wie er hier der Mann, der der zehnmal in den Freiburgern. Habon. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Thomas Ringkorn. Ja, unsere Zentrale. Von der Spielgestaltung heute nicht ganz so stark wie sonst. Aber ich denke, Aogo und Ringkorn werden das auch gut machen. Dafür zwei blitzschnelle Außen. Die beiden Südkoreaner. Son und Lee. Unterstützt von Boateng. Obermeyang auf Lee. Oh, der macht ein Trauntor. 16. Minute. Pung, Pung. Lee. Erstes Bundesliga-Tor. Und wieder vorbereitet von Obermeyang. Regie zurückgelegt. Und dann. Vollspannschuss. Ins lange Eck. Jan Sommer im Tor der Freiburger ohne Chance. Und Lee. Der noch nicht so oft eingesetzt wurde in dieser Saison. Der Neuzugang von den Bolten. Von Noroas. Macht sein erstes Bundesliga-Tor. Und meldet sich hier eindruckvoll. Mit seinem ersten Treffer eben. Zu Wort. Aogo. Fängt den nächsten Ball ab. Son. Den HV. Da läuft es momentan sehr gut. Obermeyang. Da wollte ich eigentlich einen X-Pass statt einen Dreiecks-Pass. So die Freiburger dazwischen mit Pabon. Mit Sebastian Freis. Der uns auch in der Vorsaison mächtig geärgert hat. Aber ich glaube in Freiburg führten wir auch in der Vorsaison. Aber verloren am Ende noch mit 2 zu 3. Und die Freiburger spielen das sehr geduldig. Nächste Flanke. QRT dazwischen. Einer der wenigen Akteure, der noch im Champions League-Spiele drei Tage vorher gespielt hat. Und trotzdem seinen Job wieder überragend macht. Block den Schuss von Jonathan Schmidt. So die Konterschance über Jansen. Über Son. Nimmt Jansen mit. Gegen Muicca. Naja. Ob man das jetzt als Foul werten muss. Sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall. Freistoß für die Preisdauer. Aber abgefangen von Jansen. Aber Son holt den zweiten Ball nicht. Und Diakne. Oder war es wieder Kuyate. Nee, diesmal war es Diakne, der da freisend auf den Ball abläuft. Der Ex-Freiburger. Einer von insgesamt. Ich glaube vier Ex-Freiburger Interesse des HSV. Aogo und Bormann. Auch heute im Kader. Kalijuri. Heute zunächst nur auf der Bank. Heuming Son. Jansen. Lukaku. Obermeyang. Klasse gespielt. Heuming Son. Pfosten. Und fast trifft der zweite Koreaner. Oh, neben Li. Auch fast Son mit dem ersten Saisontreffer. Aber eben nur fast. Pabon stark gespielt. Aber Kuyate. Ich muss einfach nichts mehr sagen als Kuyate. Gut gemacht von Li. Rengon. Rengon. Zweiter Versuch. Bleibt hängen. Kuyate wollte gerade sich mit nach vorne einschalten. Aber bekam keine Gelegenheit dazu. Johannes Flum. Jetzt muss Li da raus. Gegen Kruse. Der hier im Spiel noch im Mittelfeld spielt. Nicht vorne drin. Der Real-Life-Nationalspieler. Der zu Borussia München Gladbach gewechselt ist. Ein Mann aus der Jugend von Werder Bremen, wo ihm ja hohes Talent zugesprochen wurde, aber nie so wirklich dort die Chance bekam. Obermeyang. Aber für nur 1 zu 0. Lukaku. Kommt den Ball noch gerade so unter Kontrolle. Obermeyang. Was macht er? Der Mann aus dem Gabun. Obermeyang. Wo will er hin? Der hält den Ball unter Kontrolle. Son. Zurück zu Obermeyang. Lukaku. Liegt zurück für Aogo. Das wäre was gewesen, denn der Ex-Freiburger hier treffen würde Obermeyang nochmal. Strafraum. Belagerung. Aogo. Son. Jansen läuft mit. Gute Flankenposition jetzt. Aber nur Obermeyang in der Mitte. Und Hün kann auch dazwischen gehen. Aber nächster Angriff. Die Freiburger kriegen keine Luft zum Durchatmen. Jetzt aber der Fehler von Aogo. Aber faul gespielt. Und den werde ich nicht schnell ausführen. Auch wenn ich ein Noob bin in Sachen Freistöße. Hier möchte ich mal wieder versuchen quer zu spielen. Wie ging das denn noch? Ich glaube. So, oder? Aogo. Genau so ging es. Nach Vorlage von Son. Nochmal der HV mit. Wieder heumigen Son. Kein Abseits. Da läuft Obermeyang in die Mitte. Und ich dachte es wäre ein Elberpfiff. Nein, es war der Halbzeitpfiff. Verdammte Axt. Soviel der HSV. Das ist schon fast die B-Elf des HSV, muss man hier sagen. Nach 6, 7 Umstellungen. Mit 1-0 zur Pause. Hofer dient. Lee mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Und hier sehen wir die anderen Ergebnisse zur Halbzeit an diesem Bundesliga-Samstag. Die Bayern führen im Spitzenspiel gegen Hertha 1-0. Während Gladbach 1-1 in Dortmund zur Halbzeit spielt. Und Leverkusen führt in Hoffenheim mit 1-0. Also bei Leverkusen scheint es doch wieder langsam bergauf zu gehen. Beweggründe zum Wechsel haben wir jetzt nicht so viele. De Boateng hatte drei Tage vorher gespielt. Kuya Tee. Bei denen sieht es noch sehr gut aus. Aoko hatte gespielt. Aber als Linksverteidiger ist ja jetzt nicht so viel gelaufen. Den könnten wir rausnehmen. Und Obermeyang. Den werden wir wahrscheinlich auch irgendwann Mitte der ersten Hälfte dann auswechseln. Aber wir spielen erstmal so weiter. Gutes Spiel des HSV. Gutes Auswärtsspiel. Hier beim Angstgegner aus Freiburg. An der Dreisam. In der Baden-Nova-Arena. Marcel Jansen. Und sie wollen aber den zweiten Freiburg ganz klar mit Lukaku. Mit Obermeyang. Mit Aogo. Der da wieder behindert wird. Das hätte er schon mal eher pfeifen können als den Freistoß kurz vorher. Und wieder starkes Pressing, was die Gäste aus Hamburg da machen. Lukaku. Ach, wenn der dann ein bisschen noch mit draufgegangen wäre. Also im Sinne von auf den Ball draufgegangen wäre. Nicht im Sinne von sterben. Aber auch die Freiburger. Erstaunlich einfallslose in der Offensive. Die kann den Ball da gerade problemlos abfangen. Denkorn. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ist ja nicht so, als ob mich das spüren würde. Lukaku. Doppelpass mit Obermeyang. Lukaku. Erstes Bundesliga-Tor. Und erfreut sich. Romino Lukaku. Der ist neunzieher. Ihr Supertalent. Doppelpass mit Obermeyang. Ganz stark. Und dann ganz kühl und überlegt. Ohne Chance. Erneut Jan Sommer. Der Freiburger Keeper. Ach. Neben Lee. Also auch der weitere. Ein weiterer Neuzugang mit seinem ersten Bundesliga-Treffer hier in Freiburg. Während die Bayern daheim gegen Hertha auf 2-0 erhöhen. Und während die Freiburger jetzt mal kommen. Aber wieder Diaknee ganz stark geklärt. Rinkon. Wo spielt er hin? Lukaku. Da muss Son mitlaufen. Lukaku erneut. Schirmt den Bayern erstmal ab. Und den Spielzug in Ruhe aufzubauen. Mit Boateng. Aogo Lukaku wollte er mal die lange Variante versuchen. Dennis Aogo Pabon. Technisch sehr anspruchsvoll. Der junge Südamerikaner. Hat einiges drauf. Das sieht man hier. Wenn der am Ball ist. Aber wie sieht es mit dem Rest des Gastgebers aus? Mit Muitja. Mit Schmidt. Jansen dazwischen. Langer Ball. Obameyang auf Lukaku. Der schirmt den Ball nochmal ab. Willring Konschicken. Aber ich glaube das hätte auch wenig Erfolg gehabt. Und wieder KUJT. Wie er da dem Ball noch entgegen geht. Vor Pabon an den Ball kommt. Das ist einfach überragende Abwehrarbeit. Was der neue HSV-Kapitän aus dem Senegal hier leistet. Aogo. Obameyang. Tick zu lang. Rinkorn erkennt sich den Ball aber sehr gut. Lee. Er hätte spielen müssen. Aber HSV bleibt trotzdem im Ballbesitz. Mit Boateng. Und da läuft Dirk nie mit nach vorne. Aber der steht wohl knapp im Abseite beim Zuspiel. Ja ganz knapp. Boah. Einen halben Schritt. Beim Zuspiel von Dennis Aogo. Und ich denke jetzt wird es mal Zeit zu wechseln. Dennis Aogo wird gehen. Der ehemalige Freiburger. Ein anderer ehemaliger Freiburger kommt. Mit Caligiuri. Der kann auch ruhig mal im Zentralmittelfeld spielen. Und ich würde auch gerne mal Douglas zur Abwechslung bringen. Oder Tanane. Ja komm. Dann bringen wir mal. Netanane kommt kurz vor Schluss würde ich sagen. Douglas bekommt mal seinen ersten Bundesliga. Beziehungsweise seinen ersten Saisoneinsatz. Nach guter Leistung kommt er für einen weiteren ehemaligen Freiburger. Nämlich Diagne. Zwei Ex-Freiburger gehen. Und ein Ex-Freiburger kommt. Und Daniel Caligiuri mit der 24. Der ja im Real Life leider zu VfL Wolfsburg wechselt. Wäre ein Mann gewesen, den ich sehr gerne im HSV-Adress auf dem Real Life gesehen hätte. Man kann aber nicht alles haben. Man kann aber nicht alles haben. Den Korn. Wenn ich jetzt noch ein Tor schießen würde, könnte ich mich sogar mal auch über ein paar Real Life Transfers auslassen. Gerade auf Haus Hauer Seite überzeugen mich die bisherigen Neuzugänge und alles andere. Zum Beispiel Johann Juru, der es für ein Jahr erst mal auf Leihweise unterschrieben hat in Hamburg. Von dem ich persönlich überhaupt nichts halte. Ein Rocket Center Pus, der da im Gespräch ist für den Sturm. Hat seine besten Tage auch hinter sich, behaupte ich mal. Und die Freiburger schmiert gerade kurz und kurz. Und wir haben hier noch wohl den Josef Suhr vom FC Basel. Den Thorsten Finca noch von seiner Zeit aus der Schweiz kennt. Junger Kameruner. Aber ob der den HSV auf Anlieb weiterhelfen kann, mag ich auch mal zu bezweifeln. Douglas Klingkomm mit dem Ballverlust. Die Real Life Neuzugänge beim HSV, alles andere als bombig, sage ich mal so. Baumann, langer Schlag auf Leih. Aber jetzt mal lieber auf das Spiel hier konzentrieren. Da sind die Neuzugänge doch wesentlich besser, will ich meinen. Ein Aubameyang, ein Eriksen, ein Boateng. Okay, die sind natürlich in Real Life alles andere als realistisch. Aber zum Beispiel ein Diakné oder ein Kalijuri. Die wären ja durchaus, denke ich mal, im bezahlbaren, im realistischen Bereich gewesen. Ach, aber man kann nicht alles haben. Rinkon, gutes Durchspiel auf Aubameyang. Was macht er? Aubameyang. Oh, ho, ho. Da war er jetzt fast arrogant. Der gute Pierre Emmerich und den wollte ich ja sowieso nochmal auswechseln. Hat er schon fast ein bisschen Marmet Jouf Charakter hier. Tanhane geht auf den linken Flügel und Son geht vorne rein. Hat er schon fast Marmet Jouf Charakter, wie er die Chancen hier jetzt in den letzten beiden Partien verhauen hat. Aber gut, man muss ja nicht jede Chance rein machen. Hauptsache man gewinnt am Ende doch noch. Und Douglas sieht hier nicht elegant aus. Oh, da lässt sich jetzt Pouleté austanzen und fasst das Tor durch Jonathan Schmidt. Oh, das war nochmal knapp. Ich sollte mich wirklich nicht zu sehr über meine Aussagen auf das Real Life konzentrieren, sondern eben auf das Spiel hier. Machiali kommt für Flum. Und Usama Tanhane. Ich glaube, den ersten Saisoneinsatz kommt für Aubameyang, der gerade die Torschung gefahren hat. Pabon, der ist technisch wirklich sehr stark visiert. Hat man hier auch wieder gesehen. So, noch die letzten sieben Minuten irgendwie überstehen. Vielleicht nochmal einen Konter fahren über Rinkorn. Über Son, den wollte ich so auch nicht spielen. Schade. Aber Rinkorn mit dem nächsten Ballgewinn. Deswegen ist der Mann aus W2Eder so wichtig. Diese ganzen Ballgewinne. Tanhane. Jansen. Ah, Jansen. Scheiße. Das war einmal zu Felix gedrückt. Schnell den Laufweg nach vorne abfangen. Sehr schön gemacht von Jansen. Und Lukaku, aber der verliert den Ball. Aber Jansen fängt den nächsten Ball ab. Tanhane. Nichts mehr Ballverlust. Die Freiburger werfen jetzt alles nach vorne. Aber werden wahrscheinlich nicht mehr zum Erfolg kommen. Stattdessen nochmal die Konter schon vielleicht. Son. Tanhane. Ballverlust Rinkorn. Hätte jetzt auch nicht so auf der kurzen Distanz anspielen müssen. Eine Minute Nachspielzeit angezeigt. Und ich möchte noch zu Null bleiben, Leute. Marcel Jansen. Oh, Rinkorn. Er hat aber auch keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen, Baumann. Und doch noch das 1 zu 2. Durchverworen. Abstauber. Und wer bei der Unkürzt habe, ist dann natürlich Douglas. Gut gehalten vom Baumann. Und dann Douglas. Legt vor. Ich weiß schon, warum. Der nicht mehr zum Stand gehört. Der gute Ordner, auch wenn er in dieser Situation nicht so viel dazu konnte. Fehlpasswort hängen. Eine Minute Nachspielzeit ist schon sowas von lange vorbei. Und wenn Rainer Schnee jetzt mal bitte abpfeifen würde, wäre ich glücklich. Am Ende, Hauptsache drei Punkte. Ein schöner Schönheitsfleck. Ein kleiner Schönheitsfleck am Ende. Aber es macht uns nichts aus. Lio und Lukaku treffen jeweils zum ersten Mal im Dress des HSV. Und hier sind wir bei den Chorealer gerade nebeneinander. fast wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber die Koreaner sind auch wirklich schwierig zu unterscheiden. Aber was ich witzig finde, die Koreaner denken das gleiche auch über uns. Wenn da weiß ich nicht. Wenn Mario Gomez neben Franck Reverie, das ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, nebeneinander stehen, können die die nicht unterscheiden. Können wir uns gar nicht vorstellen, oder? Okay, egal. Schauen wir uns die Noten an. Douglas ist eine 4,8. Du hast deinen Einsatz untermauert, lieber Douglas. Obermeyangwitzspieler des Tages hat er auf zwei Tore heute vorbereitet. Nämlich von Lukaku und Lee. Wunderbar. So heißt es am Ende. 2-1 für den HSV. Während Leverkusen in Hoffenheim gewinnt, Gladbach unterliegt in Dortmund mit 1-2. Und die Bayern ihre Tabellenführung ausbauen. Mit 3-0 gegen Hertha gewonnen. Das heißt ja wiederum, dass wir Hertha und Gladbach auf jeden Fall überholt haben. Und wir definitiv auf Platz 2 an diesem Spieltag stehen werden. Auch wenn noch ein paar Tieren aufstehen, die wir uns gleich auch noch anschauen werden. Aber wir haben auch schon wieder englische Woche. Ach, habe ich nicht vorhin von Ecuador gesprochen mit Pabon. Jetzt kriegen wir auch noch ein Nationaltrainerangebot. Aber das lehnen wir ab. Denn in diesem Let's Play, in dieser dritten Saison, will ich mich vollum ganz den HSV widmen. So, da sehen wir schon rechts Bayern vor dem HSV. Wir sind Tabellenzweiter. Dortmund jetzt auf Tabellenplatz 4. Unser nächster Gegner. Wie gesagt, englische Woche. Na toll, der hätte mir jetzt auch ruhig mal am Samstag spielen können. Weil da überhaupt nichts ist. Na toll. Stattdessen machen wir jetzt eine englische Woche. Völlig unnötig. Danach spielen wir in Nürnberg. Und dann ist schon wieder Champions League. Zuhause gegen die AC Mailand. Dann Liga gegen Hoffenheim. Und dann ist schon DFB-Pokal gegen Dresden. Ja, volles Programm. Als nächstes also gegen Borussia Dortmund. Gehen wir nochmal eben schnell einen Tag weiter. Damit wir auch die restlichen Bundesliga-Ergebnisse uns betrachten können. Äh, Fink weiß Ecuador, Avancen zurück. So soll's auch sein. Die anderen Ergebnisse. Dö, 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 dö. Was haben wir noch nicht gesehen? Augsburg gegen Mainz 1-2. Köln-Stuttgart 0-2. Nürnberg-Hannover 1-2. Wolfsburg besiegt Frankfurt 3-1. Und Bremen und Schalke trennen sich 2-2. Nach dem achten Spieltag sieht die Tabelle so aus. Augsburg letzter. Köln-Hürnberg-Freiburg-Bremen bleiben unten. Mainz kann sich ein bisschen Luft verschaffen. Genau wie Leverkusen. Und vorne führen die Bayern 2 Punkte vor uns. Da hinter uns dann Gladbach und Hertha weiterhin. Vor den Wülfen, vor Schalke und Dortmund. Die alle jeweils 15 Punkte haben. Also alle nur 3 Punkte hinter uns. Wenn es ganz schlecht läuft, könnten wir, wenn Dortmund uns schlägt, überholen sie uns ja schon mal auf jeden Fall. Und wenn es ganz doof läuft, könnten wir bis auf Platz 7 zurückfallen. So schnell kann das gehen. So eng ist das auch noch alles beieinander hier. Hannover ist auch noch in Schlagweite mit 13 Punkten. Und dann fängt langsam das Mittelfeld an bei der TSG aus Hoffenheim. Gucken wir nochmal kurz auf die Spielerstatistik. Da führt immerhin Boni immer noch als einziger mit 6 Treffern nach 8 Spielen. Obwohl er im letzten Spiel nicht mal gespielt hat. Schlau darf Ernlandes und Obermeyang und auch Mario Götze mit jeweils 5 Treffern folgen. Und dann kommen auch schon einige mit 4 Toren. Unter anderem auch Pabon, der gegen uns ja noch getroffen hat. Sehr guter Mann, wie gesagt. Obermeyang führt die Assist-Liste an mit 5 Vorlagen. Vor allergie von Hertha und Thomas Müller. Eriksen und Van der Vaart haben auch schon jeweils 3 Tore vorbereitet. Ohne Gegentor wäre Bauman jetzt zu 0 geblieben. Wäre auch dort an der Spitze gewesen, aber nein. Der gute Douglas muss hier natürlich noch einen mit dem Kopf vorbereiten. So, wollen wir noch irgendwas uns ansehen? Eigentlich nicht. Ich gucke gerade hier mit einem Blick zur Uhr. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich ab und zu ein bisschen lauter werde, dann wende ich mir immer kurz den Monitor zu und gucke, das ist das Gute an der Elgato Software. Da kann ich immer auf einen Blick sehen, ob die Elgato das Bild aufnimmt, ob die Elgato den Spiel-Sound aufnimmt und auch meine Stimme aufnimmt. Kann ich alles auf einen Blick sehen. Und gleichzeitig auch noch die Aufnahmezeit. Die ist jetzt gleich bei 24 Minuten. Ja, damit merkt man jetzt, dass die Anfangsminuten, diese 3-4 Minuten, wo ich immer noch beim Aufstellungs-Screen ein bisschen quatsche da fehlen. Egal. Es wurden ein paar Spieler nominiert für ihre Nationalmannschaften. So, zum Beispiel Baumann, Boateng, Aogo und Cagli-Juri, unsere vier deutschen A-Nationalspieler. Für Holland, Alamaya, Van der Vaart und auch Douglas, obwohl der gar nicht spielt. Lukaku für Belgien, Eriksen für Dänemark, Aulava für Österreich und Rinkorn für Venezuela. Südkorea scheint kein Spiel zu haben. Ach, das ist jetzt Länderspielpause. Ah, alles klar. Deswegen kein Samstagsspiel. Rückkehr. Juf trifft auf Ex-Verein. Oh, stimmt ja. Unser Mann mit Juf. Rumelou Lukaku sagt, ich bin in letzter Zeit sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich mich im nächsten Spiel nicht auf der Bank sitzen werde. Was? Dass ich nicht im nächsten Spiel auf der Bank sitzen werde. So rum. Ach, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ich möchte mal kurz die Bundesliga-Tabelle sehen. Hat schon jemand gespielt? Nee. Am 9. Bundesligaspieltag jetzt. Wird ein schweres Spiel in Dortmund. Den deutschen amtierenden, deutschen Meister. Das war ein spannendes Finale in der letzten Saison. Als die Dortmunder schlussendlich aber doch den Meisterschaftstitel Ehrungen haben im letzten Spiel in Freiburg. Und wir nach einem 3-3 gegen Hannover nur 2. Nee, sogar am Ende nur 3. Aber immerhin haben wir den DFB-Pokal gewonnen gegen Werder Bremen. Nach Elfmeterschießen durch das goldene Tor. Ich glaube, wir sehen ihn hier gerade rechts im Dortmund-Trikot durch den goldenen Treffer von Marmit Jouf. Der also jetzt praktisch den Lewandowski in Dortmund hier liebt. Einen anderen echten Stürmer haben sie ja eigentlich nicht, bis auf Julian Schieber. Aber ich glaube, da hat Marmit Jouf noch die Nase vorn. Der kleine Chancen-Fahrer. Ich hoffe, er haut oder verhaut, wenn er denn spielt, im nächsten Spiel auch ein paar Chancen. Wenn denn Dortmund überhaupt zu Chancen kommt. Beim 9. Bundesligaspieltag, beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 13. Karriere-Monus, Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Ein echtes Spitzenspiel steht an. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Kela. Bis zum nächsten Mal.